... die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sagt sie? Das ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt! Oh, mein Gott, ist das also Geld rum! Das Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, so hat er es. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverhältiger Freude und Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ist das Feiglinge, verreilt ein Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Kinderland, das ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gammel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur verhindert! Es hat mich gegen nur ein Fichtigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von jahren alle Höheroffiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein ein Leibesmist gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Und das ist aus! Z